ganz voll also ich habe kupfererze bei erz was wolltest du noch mal ja also kupfererze habe ich 300 silbererze habe ich 300 mal der sheet habe ich 120 gegen was denn erstmal war mal hinter dir auch eine wand damit fair ist okay also black scar 150 kupfererze und sagen wir 200 silbererze und 20 mal erschienen gegen die ganzen waffen hast du noch schrauben ich bräuchte halt noch schrauben blau brauche ich und klanken erwarten schrauben und hast du noch riesige kräuter hatte ja ich komme gleich schickt ja dann auch wieder dass ich dass ich nicht die sky wie gewechselt habe oder so wie meinst du das ach so ja stimmt stimmt ja ich dachte 1 1 rechts gar war ja also ich soll einfach schicken dass ich mehr als 1 habe oder was ist okay aber warte nein 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 warte warte kurz ja ja das vertraut ja schon nein dann lass es mal zeigt man mir überhaupt erstmal was für waffen du hast also machen wir so boah sind gute waffen hast du noch nachkampf waffen oder so und wie welches level ist das schwert ja okay machen wir so du jobs dann habe ich hier die black scar kupfer erz silbererze mal erschienen dann schicke ich screenshot dass ich auch wirklich die black scar gedroppt habe und das ist also den level und kupfer silbererze ist das wirklich 150 200 und 30 mal erschienen sind ja ne ja schon kannst du machen ja schon ja ich vertraue dir ich vertraue dir dass du meine dass du halt mich irgendwie nicht scams oder so aber da also die waffe zu geben das weiß ich jetzt nicht so ganz genau so waffe geben mache ich nicht ja ich vertraue dir schon aber lass erstmal bitte normal machen okay also die ganzen waffen die du vorher gejobbt hast gegen die black scar mal erschiebt selber als kupfererz und black scar ja mach ich aber leg mal die sachen hin die du mir jetzt dafür geben würdest erstmal hin ok jetzt nicht gecheckt so was du mir jetzt für die sachen geben würdest also auf jeden fall fand ich die strahler gut wer ist dabei getreten also ich würde dir die super schredder geben ist level 10 hat 34 blitz die hydra ist level 16 und hat 52 blitz ok ja ist gut also du jobs die sachen dann glaube ich die black scar mal als kupfererz dann schicke ich screenshot dann guckt sich dein freund das an und dann können wir und was mit den schwertern noch okay und dinge hast aber das sind doch ein bisschen weniger als es waren doch davor mehr herr zugarten soja stimmt die worte hast du noch aber da hast du noch handwerksmaterial wird als grundlage zur herstellung von heilgegenständen verwendet also in diesen blütenblätter blütenblätter scammer wurde gescamt scammer wurde